Hallo, mein Name ist Carsten Schellenberg. Ich freue mich tierisch, dieses Jahr endlich mal auf dem Summit zu sein, das ich da unterrichten darf. Ich habe zwei Sachen für euch. Einmal eine Lecture, das heißt das perfekte Training. Das ist für alle Trainer, die ihren Horizont erweitern wollen, die mit mir arbeiten. Also es ist eine super Vision. Ich freue mich sehr auf Fragen während des Workshops. Ich vermittle euch mal, wie man mit Klienten arbeitet ohne irgendwelche Hilfsmittel, wie man richtig Druck machen kann und auch vernünftig arbeiten kann. Das Zweite ist ein Athletic Heartbeat. Das ist mein eigenes Workout. Das ist eine Mischung aus funktionalem Training, aus Athletiktraining und aus Fasten Training. Da geht es in alle Herzfrequenzen, da geht es durch alle Trainingsmethoden durch. 70 Minuten, richtig Dampf. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich bringe meine Musik dafür mit. Wir sehen uns auf dem Summit. Bis bald in München.